Ich möchte nur noch 10 Stunden pro Woche im operativen Geschäft arbeiten, wie ich es anhand von verschiedenen Strategien in meinem Online-Seminar Stück für Stück zeige, wie das für jeden Unternehmer möglich ist, nur noch 4 bis 10 Stunden pro Woche im operativen Geschäft zu arbeiten. Wenn das dein Ziel ist, dann ist dieses Ziel zunächst mal nicht besonders emotional. Um ein solches Ziel, um ein solches großes, mächtiges B-Hack zu emotionalisieren, und du findest diese Strategie auch im Buch Erfolgsfaktor Mentoring, dann brauchen wir für dieses Ziel ein Warum. Warum wollen wir dieses Ziel erreichen? Warum willst du ab sofort nur noch 10 Stunden pro Woche im operativen Geschäft arbeiten? Das heißt, nimm dir Zeit, nimm dir ein leeres Blatt Papier, schreib oben dein Ziel hin und dann denke drüber nach 20 bis 30, am besten 50 Punkte, warum du dieses Ziel erreichen möchtest.